Ich habe den Mitsubishi Lanza Evolution MR von 2006 genommen. Ihr benötigt ein B700 Tuning, ich habe das von LA9 genommen. Da es Probleme mit diesem Blitzer gibt, habe ich noch eine zweite Version für euch, die ihr ausprobieren könnt. Hier könnt ihr die Straße sehen, die von oben runter führt, um die Kurve rum. Ihr fahrt dann direkt zwischen dem und dem Baum durch. Ihr seht, hier stehe ich jetzt mit meinem Fahrzeug direkt an diesem Baum, dass wenn ihr geradeaus guckt, durch diese beiden Bäume durchguckt. Ihr gebt von hier oben die ganze Zeit Vollgas, haltet Vollgas. Das war jetzt der Bär hier runter, ihr müsst ein bisschen gegenlenken, dass ihr hier durch die Bäume durchkommt. Wir kommen dann direkt auf die Straße, die ganze Zeit Vollgas halten. Die Kurve jetzt versuchen eng zu nehmen. Die ganze Zeit Vollgas halten. Ihr habt es erledigt.